Guckst du Katja auch manchmal? Aber nur manchmal. Wann denn? Freitagabends, wenn man allein ist. Hey, Maron! Hey! 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 Maron, nervst du mich schon wieder? Ja? Hey, deine Schwester ist hier! Hey! Aber meine Tochter... Nein, meine neue Drehpartner... Wo ist denn die Tochter? Wie alt ist die Tochter? 15. Nein, dann ruf sie bitte nicht an. Das ist doch geil. So, Katja. Jetzt machen wir mal eine Umfrage. Wer ist denn hier Katja-Fan? Wer feiert nicht? Bist du Katja-Fan? Ja, cool. Ich hab ganz schön viele Fans heben. Bist du Katja-Fan? Ja. Komm mal kurz hier an. Warum ist denn Katja dein Idol? Weil Katja einfach mega ehrlich ist und weil sie dazu steht, was sie macht. Und das find ich mega cool. Wie alt bist du? 13. Okay, war nett mit dir auf meinem Kanal. Du schreibst nur K. Also Katja wird K. Ich schreib nur K, aber das geht schnell. Ich muss immer hier durchrennen, weißt du? Und du bist so ein Promi, wa? Ich bin so famous und es geht halt. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich glaub, ich muss jetzt gehen, weil... Ich will noch kurz, ich will mal hier ein Sondervideo drehen. Okay, warum bist du denn Katja-Fan? Ich bin nicht richtig Fan, aber ich mag sie voll, weil sie richtig sympathisch ist. Wer will denn hier so wehren wie Katja? Ich. Warum seid ihr beide Katja-Fans? Keine Ahnung, die ist cool. Ja? Vorbildfunktion? Nein, das nicht. Aber sie macht was sie will und das ist gut. Egal wie viele Leute dagegen reden. Dann sag doch mal, ja Katja! Nein. Ja, Katja. Warum bist du ein Katja-Fan? Ähm, ich, ähm, ich muss los. Die kann sich auf jeden Fall so billig anziehen, das kann sich gut. Hi! Bist du auch Katja-Fan? Natürlich. Warum? Ja, sie ist cool. Okay. Und die ganzen Jungs aus meiner Klasse machen sich immer ein bisschen lustig. Aber die stehen dann echt auf sie, oder? Natürlich. Du bist Riesen-Katja-Fan, oder? Äh, ja. Jetzt mal unter uns, hast du schon mal auf sie gewichst? Ne. Sehr ehrlich? Ne. Büg mich nicht an. Ne, ich hab eine Freundin, die würde mich töten, wenn die das wüsste. Aber macht dich schon geil, oder? Ja. Okay, sehr gut, dank dir. Wer nicht. Mich nicht, mich nicht. Unglaublich, Katja hat ihr gewonnen. Äh, ja. Das ist dein Lieblings- oder was für ein Video magst du am liebsten von ihr? Äh, also, ich guck manchmal ihre Videos, aber, ähm, ich weiß nicht so viele. Aber ich kann dazu was Katja sagen, weil... Ja, sag mal was zu Katja. Ich weiß nicht. Also, ja. Guck mal, wenn da jemand von Berlin Tag und Nacht vorbeikommt, wird Katja auf einmal sehr seriös. Also, äh, ich finde, Katja hat innerlich... Ich warf jetzt ein bisschen, du musst das auf den Punkt bringen. Ach so. Also, Katja, also ich finde Katja irgendwie, dass sie re... Also, ich finde Katja, dass sie richtig, ähm, schön ist. Hey, da ist meine Zielgruppe aus der Hauptschule. Was für Hauptschule? Und, 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 dass sie innerlich richtig, äh, ja, echt... Okay, vielen Dank, vielen Dank für das Interview. Hallo, ich grüße meine Mutter. Schwarz, was kann man los? Übrigens, ich habe sehr... Wie alt bist du? Ich bin 30. Ich habe sehr gute Kontakte zu RTL 2 Frauentausch. Kannst du dich in fünf Jahren bei mir melden? Ey, okay. Ich bring euch beide da rein. Ihr passt mir die Post. Der Uwe, der Uwe, der ist geil. Ey. Hören Sie mal auf, mir zu uns Körper zu geben. Dankeschön. Ja, okay. Dankeschön. Okay. Also ganz ehrlich, einfach, da muss man jetzt auch ran, das ist Prävention. Ein Jahr später und es ist zu spät. Oh, okay. So, ein Jahr später und es ist zu spät, deswegen jetzt schon nutzen. Sehr gut. Ich muss weg, ich muss weg. Hallo, ich bin Batman. Was für Bücher schreibst du denn? Ich schreib keine Bücher. Weil du nicht schreiben kannst, oder? Nee, ich kann nur mit den Titten wippen.